Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Freundinnen und Freunde der Verwaltungsinnovation. Der öffentliche Dienst ist sowohl größter Dienstgeber als auch größter Dienstleister des Landes. Die öffentliche Verwaltung ist natürlich einem ständigen und derzeit leider auch krisenhaften Wandel unterworfen, wie viele andere Sektoren auch. Aber neue Krisen zwingen den öffentlichen Dienst auch neue Rollen auf. So zum Beispiel aktuell die Sicherung der Energieversorgung bzw. die Organisation von Sparmaßnahmen. Aber der öffentliche Dienst ist ja nicht nur externen Dynamiken unterworfen. Geänderte Kompetenzanforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine gewaltige Pensionierungswelle, Fachkräftemangel, veränderte Ansprüche an Dienstgeber und Ähnliches sind nur einige Beispiele, die Sie besser kennen als ich. Nun, die öffentliche Verwaltung muss also neben der notwendigen Wirkung nach außen, auch nach innen, eine qualitäts- und zukunftsorientierte Perspektive entwickeln, um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Wir stehen in Konkurrenz mit sehr vielen, auch in der Privatwirtschaft. Mit dem österreichischen Verwaltungspreis holen wir innovative Projekte vor den Vorhang. Wir setzen Impulse zur Weiterentwicklung in Zukunftsthemen wie New Work, Diversität, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Und all diese Projekte, seien sie klein oder umfassende, große Transformationsprojekte, sind wichtige Meilensteine auf einem gemeinsamen, künftigen Weg. Darum lade ich Sie alle jetzt herzlich ein, Ihre Projekte, Ihre Planungen einzureichen und der Öffentlichkeit vorzustellen und dadurch Teil der Innovationscommunity im öffentlichen Dienst zu werden. Ihre Projekte zeigen der Bevölkerung, dass Vernetzung und Austausch stattfinden, dass Modernisierungen und Innovationen gelebter Teil unserer öffentlichen Verwaltung sind. Diese Initiative, die es nur durch Sie alle gibt letztendlich, macht diese Leistungen transparent, schont Ressourcen und macht uns unabhängiger von hohen Honoraren für externe Consultants. Und für mich persönlich ist es auch immer wieder interessant, durfte ich ja schon haben, Einblicke hier zu gewinnen. Wirklich sehr interessant. Und lassen Sie mich abschließend noch sagen, ja, wir leben in krisenhaften Zeiten. Aufdürmende Krisen finden statt. Aber Zukunft kann gestaltet werden. Zukunft ist nichts, was man nur erleiden muss. Zukunft ist das, was wir alle daraus machen. Und dafür herzlichen Dank.